aloha freunde und hier sind wir wieder bei overwatch verteidigung in hollywood so ich möchte auf keinen fall jetzt der heiler sein ich möchte nicht heiler sein ich möchte kein heiler sein so der platz ist schon wieder frei super der linus oder die linus die kann sich noch nicht entscheiden scheinbar aha hat sich entschieden das ist doch schon so wir sollen verteidigen du sollst da nicht rumballern in hollywoods verteidigen will ja der server schon sehr überlastet zu sein angreifer in 30 sekunden erwartet ich genieße diese seltsamen schönen momenten der ruhe vor dem sturm ja ich auch diese stadt gefällt dir ja haha Kamera action fallen die sich jetzt gerade selber ab oder was 3 2 1 go 2 2 1 2 2 3 4 4 5 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 6 9 10 8 10 5 9 9 10 10 10 11 12 Da kommt, da kommt, da kommt. Jaaa! Mein Highlight! Haben wir noch nen Healer dabei? Na... Danke! Danke fürs Heilen! So, 15 habe ich schon. Da muss mir ein bisschen Angst, Kollege. Jaaa! Das läuft ja! Nicht für eure Stunts! Bring die Schöne in Bewegung! Hecker denn noch! Sooo... Na ja, wer kommt denn? Oh, den hab ich gar nicht getötet! Na, ich dachte... Jetzt kommt aber, ja! Jaaa! 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 Von mir kann sich niemand verstecken! Jaaa! Jaaa! Ich hab dich an! angeschlagen ein wenig heilung wäre nicht schlecht nein es wäre so schön gewesen ohne ohne zu sterben aber ein paar sekunden sind es noch da bin ich wieder was warum sind alle jetzt sturm da kommt wo war ich stehen geblieben vor mir kann sich niemand verstecken da mit wenigstens meine kollegen hier eine gute sicht haben so oft wie möglich die 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 Ich bin bestimmt so zu oft gestorben. Episch. Wow, episch. Yeah. 42 Eliminierungen. Drei Tode leider. Tja. Dammt da, halt. Lootbox und Match. Nicht genug Spieler. Suche neues Match. Was sagt man Handy denn? Es sagt Zeitmanager. Tschau. Jetzt warten wir hier verzweifelt auf ein neues Match. Man kann maximal, glaube ich, 54 Extras im Moment, wohlgemerkt, 54 Extras pro Held sammeln. Wie oft es noch möglich sein wird oder ob man das erhöht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Damm, dadamm. Ja. Also ich habe jetzt so viel, äh, 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 so viel Gameplays, äh, zusammen. Nepal. Ähm. Und da sie echt eine eigene, äh, 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 ja, machen werde. Eine eigene Playliste für die Overwatch-Meta. Da machen wir einfach eine eigene. Dann verschiebe ich die. Zwei Videos, die ich schon veröffentlicht habe, die verschiebe ich. Dann einfach da rein. Ja, und wo, äh, wenn dieses Video ja, äh, 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 online gekommen ist, wird wahrscheinlich, äh, ach, äh, wird wohl, denke ich mir mal, sehr wahrscheinlich, ähm, ne, warte, ich will, ich will den hier mal spielen. Ich, ich will es ausprobieren. Was hat er denn für eine Info? Oh, sehr schwierig zu spielen. Okay. Wir können ihn ja noch wechseln. Wir können ihn ja noch wechseln. So, Tenden, äh, was ist, Tendenz, macht dich unverbundbar und halt verbündet in der Nähe. Sperre den Zivitracht. Kuhn, die erledigen Schaden an, die es gegen das erhöht. Sperre der Harmonie, Kuhn, die er verbündet in der Halsperre. Sperre der Zerstörung, Energieproduktionsverlebt, Energieaufmärme und Team zu schleuern. Okay. Kann ich noch nicht verwenden, okay. Ähm, schon bin ich kaputt. Das Ende ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, das war jetzt wohl nichts. Ein Auf-Reason kann ich nicht. Au, 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 au. Das ist zwar zu spät. Na gut, einen hab ich wenigstens erwischt. Das war jetzt wohl nichts. Das war jetzt ein, was los. Ich bin dran. Ich bin dran. ich habe noch mal stehen kann ich auch heilen dann kann ich da auch mal heilen aber der ist wirklich nicht einfach zu spielen aber überhaupt nicht ja toll ja ab hier alter verwalter dann ist aber hier gar nicht so einfach aber ohne meine kurie so ja ja Oh! Die Verlängerung. Ja, Heilmittel, das ist doch blöd. Doch bin ich noch immer willkommen. Was ist denn jetzt, äh... Äh... Lädt irgendwie auch um mehrere Projektiere zu spüren. 5, 4, 3, 2, 1, Runde, 2, nehmen Sie den Zielpunkt ein. Ich bin in Harmonie mit mir selbst und der Welt. In völliger Harmonie! Au, mir wird's geschossen. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Du selbst ist der Power-Surf-Fight. Ich bin in Harmonie mit dem Zielpunkt ein. Und der Zielpunkt hat jetzt abzut. Doppelkill. Oh, okay. Team wurde ausgelöscht. Ziel in sich. Geht an meiner Position in Stellung. 5, 4, 1, auf. len님 nicht allein. Weil sie dann ausgelöscht. Immer noch mal um den Fallgenotti. tutte. Ja. Bleib noch mal stehen da. Die können auch von hinten kommen, wisst ihr auch nicht. Team wurde ausgedascht. Ja, dann lauft doch in die falsche Richtung. Oh! Nein! Das gibt's doch nicht! Alter Verwalter! Wiederholung führt zu Vollendung. Genau. So schaut's aus. Hoppala! Das war aber ein Versehen. Schmerz ist ein hervorragender Wehrmeister. Alter, 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 wir müssen Gas geben, wir müssen Gas geben. Jetzt komm ich von der anderen Seite. Das gibt's doch nicht. Ich konnte ja nicht mal die Ultimates und das... Was ist denn da los? Das Ende ist nicht mit Stein gemeißelt. Los, 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 los! So, jetzt aber! Spürt die heilende Ruhe! Ich bin Familie Neckens. Es kommt nicht nach. So! 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 Ich lehme dich nun ein! Gehe ich mit mir sein, dann sein will! Ja, weil das so spannend ist! Ja, weil das so spannend ist! Ja, weil das so spannend ist! Jaaa! Ich hab dich im Visier! Nicht mit mir, du bist! Ziel ausgescheitert! Ja, rechts kommt rechts ab! Na komm, na komm, na komm! Jaaa! Doch noch Gesicht! Das war aber ein knappes Match! Ich schwöre, das war aber ein knappes Match! Leckofunny! Also, das ist, glaube ich, nicht so mein, äh... Das ist nicht so mein Favorit! Das ist, äh... Das muss ich ja ganz ehrlich sagen! E-Fisch! Danke! Für die zwei Votes! Drei Votes! Danke, 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 danke! Danke! Komm! Dem gebe ich eine hohe Punktzahl, weil, äh... Es war einfach echt geil! Oh! 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 Da gibt's aber... Da gibt's aber reichliche, äh... Medaillen! Zwei Goldmedaillen! Neue Bestleistung! Verursachter Schaden! Verursachter Heilung! Und, ja... Vier Tote! Ja! Tut mir leid! Und, ja... Dann spielen wir doch noch ein Ründchen, Popündchen, und dann, äh... Machen Sie sich bereit zum Angriff! Den will ich nicht! Der ist mir zucraped! Ach! Wobei... Offensiv... Ich kenne ihm seine Fähigkeiten gar nicht, äh... Kamikaze-Reifen... Fern... Ne, dann, äh... Spreng ich mich selber in die Luft, das waren Sie jetzt schon! Hm... 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 Komm! Ich nehm' Sie! Gemeinsam sind wir stark! Zeit, was du drauf hast! Barriere aktiv! Geh weiter! Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Runde eins! Nehmen Sie den Ziel von rein! Ich hab' große Fähne mit! Wir kämpfen zu über den Ziel! So, angreifen! Angreifen ist, glaub' ich, nie gut... Komm und für meinen Schieb! Angegen. Geh' jetzt. Wir tripfirstiniz! Du wär' ich nicht, ähm... Zum Beispiel? cerolution. Für Vier nicht! friendly Zwei ... guackverfahren? ... عل 그렇게 war! alle war auch vom fern und dann vom nahen griff ne war hier v-taste gedrückt oder also als ob man die v-taste drücken würde wir haben hier dabei ja danke 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 fürs heilen ja die halt gut ja 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 hinter mir nein ich bin dran Ah, Mann! Alter, ich war leider nicht im Schutzfeld Sch-Sch-Schutzfeld symmetric Ach, Alter Psych-Schutzfeld Oh, 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 oh. die haben und einer auf den Punkt einer auf den Punkt bitte 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 Helder sterben Ja, danke! Hast du einen Besuch mitgemacht? Nein, ich hoffe nicht Alter, Verwalter aber auch Heldbarriere aktiviert Von wo aus kommen die? Von wo aus kommen die? Ach komm, 8 haben die eliminiert das ist ja schonmal besser als gar nichts Boah, Alter! Na komm, na komm, na komm Jetzt bist du geschützt! Jetzt bist du geschützt! Jetzt bist du geschützt! Ja, ich habe auch Ja, gesiegt! Boah, das war aber auch jetzt Puh, wie Runde 2! Ja, das war Wahnsinn Das halte ich auch keine zweite Runde aus Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit Ja, ich mich auch Die Farbe ist unzählige von deiner Art zerstört So, was ist das erzeugt? Ein Gravitationsfeld das Gegner anzieht Ah, okay, dafür ist das 5, 4, 3, 2, 1... ...okay, die Barriere erzeugt Mal ein paar Bündel mehr rum Gut Der Engel soll dich hier im Auge behalten Den soll ich ein bisschen mit schützen versuchen Bestmöglich auch zu schützen Das war's. Benötige Unterstützung! Benötige Unterstützung! Irgendwann in der Nähe des Heilers bleiben ist nie ne schlechte Idee. Sie wurde ausgelöscht. Ja cool! Na, jetzt hab ich den Falschen erwischt. Geh weiter! Arielle, Arielle! Geh weiter! So! 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 Ah, Mann! Ja, und wir haben gesiegt. Das war ein gutes Team. Meloar, guter Musik. Sneak Eyes als Sebastian. Komm, die Heilerin hat echt super Arbeit geleistet. Die Heilerin hat jetzt, äh... Die kriegt für mich schon mal direkt ein Vote. Sorry, aber für mich kriegt die Heilerin ein Vote. So, liebe Freunde, das war's für heute erstmal, oder beziehungsweise in diesem Let's Play. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr wollt, ja, auch bei den Highlights und Lootboxen zurück. Und dann schauen wir mal ein bisschen. Ciao, euer Johnny Do. 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 Was?